willkommen zurück zu farm manager 2021 der zweite teil der kampagne kapitel 2 für 20.000 in game währung werden wir uns jetzt mit der milch produktion beschäftigen ja anna ist immer noch da die renovierten gebäude sind recht weit voneinander entfernt aber das würde ich sicherlich nicht davon abhalten ihr potenzial zu nutzen die frühere farm hatte sich auf die milch produktion konzentriert und es wäre daher gut die entwicklung in dieselbe richtung voranzutreiben ja kurz noch mal rekapituliert wir sind jetzt in der folge 2 der kampagne und haben den auftrag hier den betrieb den wir hier sehen als farm manager zu übernehmen und aus seinem dornröschenschlaf herauszuholen dazu haben wir in der letzten episode zunächst einmal alle diese häuser hier repariert haben die geräte die herumstanden in renoviert haben wir die haben dann die geräte die herumstanden in stand gesetzt und reparieren lassen und dann haben wir noch diese beiden stelle wieder mit leben gefüllt eine scheune gebaut ein lager für gülle schrägstrich mist und ein weiteres gebäude gebaut für unsere mitarbeiter und mitarbeiterinnen zusätzlich zwei parkplätze das ganze mit strom verbunden und jetzt sind wir bei episode 2 so baue einen milchverarbeitungsbetrieb und beginne mit der verarbeitung der milch das machen wir 779.000 haben wir noch wir haben hier unten ja das menü und gucken jetzt mal hier rein wo wir denn bestimmte dinge haben produktion vermute ich das hier milchverarbeitungsbetrieb und wenn ihr mich so fragt da hinten wird die milch hergestellt könnte ich mir eigentlich vorstellen dass es durchaus sinnvoll wäre ja das ding vielleicht hier irgendwie so an ranzupacken machen wir es mal so mit ein bisschen abstand dazwischen ja das sieht doch gut aus dann brauchen wir noch eine straße die machen auch zweispurig zumindest erstmal die richtung grob dann nehmen wir uns jetzt noch den gefestigten machen auch zweispurig braucht man gar nicht ist schon angeschlossen dann wenn so weit ist oder wie sehe ich das keine ahnung wir werden sehen vielleicht müssen die straße sonst noch mal abreißen ja und da bin ich sehr gespannt also wie gesagt auch schon auf eure kommentare was ihr von dem spiel haltet ich habe es ja vor kurzem jetzt im sale mit midweek sale mit midweek madness heißt es glaube ich bei steam ach lass mich lügen acht euro noch was gekauft hatte da grundsätzlich schon mal ganz gute ganz gute bewertungen so ich lasse das mal ein bisschen schneller wieder durchlaufen wir haben nicht so viel zeit in dieser reihe hier beschränke ich mich auf 20 minuten spielzeit deswegen kann es jetzt durchaus ein bisschen schneller gehen und wir sehen es dauert auch ein bisschen bis das soweit ist ich weiß gar nicht wo sehen wir denn die uhrzeit da ist auf jeden fall schon der nächste tag also uhrzeit sehen wir eher nicht die sind auch noch am bauen also ist noch nicht ganz fertig und jetzt wollen wir noch mal wegen des stromes gucken das ist ja schon wieder spannend hier dass das höher doch so ungefähr könnte das passen bauen wir den spaß mal dahin und schließen das jemand an so also 100 prozent erreicht so hier müssen wir jetzt noch mal gucken also warum ist das so ich meine doch also vor unsere tiere verhungern müssen wir ziehen noch mal rüber gucken ich habe doch auf dem markt eingekauft bin ich mir ziemlich sicher aber wir machen das einfach noch mal und gucken jetzt hier noch mal rein was ist denn handel ist handel quasi tausch verkaufen flügel forschung wird ist der vorgestattung der futter und gras da können wir ja eigentlich auch ein bisschen mehr von kaufen aber wir nehmen den vorschlag an so keine straßenverbindung das ist schlecht das ist schlecht dann hat es also ich probiere es jetzt noch mal hier den weg hier rüber zu ziehen aber es klappt einfach nicht also löschen wir den teil hier gerade noch mal kurz und probieren das jetzt noch mal ist natürlich wieder reine verschwindung ja keine ahnung warum das nicht klappt vielleicht muss es dann einspurig werden aha einspurig funktioniert von mir aus dann machen wir das halt so was habe ich dir das falsch ausgebildet wahrscheinlich ne ok probieren wir noch mal wir üben ja noch aha jetzt aber kleiner stall verhungert tiere ja ok arbeiter zuweisen da haben wir bestimmt noch wen nö haben wir nicht also müssen wir wen anstellen hm wer würde sich denn da anbieten produktion am besten ne ich denke mal das hier wird produktion sein imkerei imkerei ne das bringt mich nicht weiter was ist das verarbeitung ja doch verarbeitung klingt doch gut also maschinen manuell folgendes sowieso milchverarbeitung betrieb ja das machen wir und dazu wählen wir noch das haus an äh aus und dann nehmen wir haus 1 und stefanie ist weiß ich gar nicht rot ich weiß noch nicht was die farben hier oben bedeuten das könnt ihr mir gerne mal reinschreiben was die farben bedeuten i don't know so also das haben wir jetzt gemacht grundsätzlich würde ich mich jetzt darüber freuen wenn mich hier noch eine straße weiterführen würden machen wir so 1500 schon weg so und dann führen wir die hier weiter und dann können die hier gleich zu fuß hingehen so du solltest die kosten für tierhaltung so gering wie möglich halten kaufe alle nötigen maschinen für gras hafer und futter rüben im kampagnen fenster findest du eine liste mit maschinen hier sind die notwendigen gelder für den kauf okidoki also wir haben gelder dazu bekommen das ist sehr erfreulich und dann lasst uns doch jetzt mal die maschinen kaufen maschinen markt kaufen 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 fahrzeuge kombiniert da sind die aufgaben also kaufe maschine für getreide also sehmaschine brauchen wir die wollen wir schon mal kaufen das kann sie auch alles also kaufen wir die jetzt parkplatz zwei stellen wir erstmal hier hin ah die brauchst sogar zwei felder das ist ja verrückt na gut dann machen wir es so dann brauchen wir eine pflanzmaschine geben wir mal ein pflanzmaschine kaufen packen wir auch hier hin wow na von mir aus dann brauchen wir den grubber esthera das sind die namen sehr verrückt also haben wir hier schon kaufen auch den stellen wir da hin ich vermute mal wir werden auch gleich noch einen weiteren parkplatz brauchen feldschwurzer anhänger wollen wir erstmal einen parkplatz bauen garage noch einen parkplatz so dann werden wir natürlich die straße hier noch fortführen und sind happy so also kaufe anhänger mit wasser das machen wir auch wasser da kaufen ne ne komm nehm wir hier hin dann hätten wir noch gerne den miststreuer kaufen parkplatz parkplatz drei stellen wir mal hier hin dann brauchen wir noch eine feldspritze ich werde verrückt das sind natürlich jetzt alles äh anschaffung erstmal ne feldspritze kaufen jo parkplatz 2. Ja, da bin ich mal gespannt, ob die da noch rankommen, wenn wir das denn einfach so machen. Aber, die machen das schon. So, und jetzt brauchen wir noch einen Anhänger. Auch den kaufen wir. So, kommt damit hin. Alright, bist du bereit? See, Gras, Hafer und Futterrüben. Wenn du zu wenig Geld hast, kannst du jederzeit Milch und Milchprodukte auf dem Markt verkaufen. Dennoch geht's. Wir prüfen das mal. Also. Futter würde ja Sinn machen, wenn wir das hier vorne dann irgendwo machen. Kann ich das Ding eigentlich verschieben? Ja. Ich glaube nicht. Nee, ich glaube, kann ich nicht verschieben. Egal. Wir kriegen das trotzdem hin. Feld anlegen. Das könnte das hier gewesen sein, ne? War das hier das Symbol für Feld anlegen? Ich hoffe mal. So, gucken wir mal hier rüber. Also. 32x32 hatten wir bei dem anderen. Das können wir natürlich auch hier nochmal gucken. Also hier geht ja gleich die... Aber theoretisch können wir das auch größer machen, ne? Wir könnten das auch so. Mit 32x32 sind wir bei 0,1 Hektar. Und hier hätten wir sogar noch ein bisschen mehr. Dann lasst uns das mal so lassen. Lege das Feld an mit Gras. Machen wir. Und dann legen wir noch ein Feld an. Dann nehmen wir hier natürlich einen gefestigten Weg. Eigentlich bräuchte man den nicht als gefestigten, ne? Da reicht ja wohl auch der... Die Schotterstraße. Wir sind ja hier Farmmanager, ne? Und wollen nicht zu viel Geld ausgeben. So. Legefeld mit Hafer an. Also wir brauchen noch ein weiteres Feld. Machen wir einfach mal hier auf 115. Das sind ja auch 115 hier, ne? Ja. Dann ist ja gut. So. Gucken wir mal rein. Also wir legen fest, dass wir hier ganz gerne Gras hätten. Dann hätten wir hier ganz gerne Hafer. Und hier vorne Futterrüben. Erst klicken, dann tippen. Futterrüben sagen. Okay, haben wir. Also. Ein Lager für das Gärfutter neben dem Stall und den Kuhstellen kann sich als äußerst praktisch erweisen. So können das Gras und Stroh zu Gärfutter für die Tiere verarbeitet werden. Bau zweimal Lagerplatz für Silage. Ich bin nichts lieber als das. Jetzt ist nur die Frage, wo wir das denn haben. Da schon mal nicht. Gucken wir mal hier durch. So, da haben wir alles. Also hier hat man noch einen Brunnen. Kleines Silo, mittleres Silo. Lagerplatz für Silage. Da ist sie doch. Also nicht sie, sondern er. So, ich denke, ich werde hier gleich auch noch mal ein bisschen was. Oder wir machen es so. Ne, das passt nicht ganz. So, machen wir so. Eins. Und zwei. Und jetzt müssen wir das Ding hier wahrscheinlich noch mal abreißen. Ja, Lagerplatz für Mist. Das ist schön. Einfach verschieben können wir es nicht. Na gut. Oh, da gibt es sogar Geld zurück. Das ist ja verrückt. Also Lagerplatz für Mist. Wo wollen wir ihn hinbauen? Hier vorne passt er leider nicht. Wir können den auch hier so irgendwo hinbauen. Oder da. Das würde auch gehen. So, machen wir doch hier hin. So. Dann bräuchten wir trotzdem noch eine weitere Straße. Ah, wieder einer zu viel. Kann ich das hier wieder abreißen? Ja, kann ich. Kriege aber kein Geld wieder. So, und das hier, das ist vermutlich schon angeschlossen. Ja. Alright. So, ein Lager für das Gärfutter neben dem Stall und den Kuhstellen bringt... Äh, okay. Haben wir gemacht. Jetzt sind wir gerade dabei. Schon wieder. Anzeigen. Brauchen wir noch mehr davon. So, wo ist denn hier überhaupt das Lager? Da gucken wir jetzt mal rein. Was haben wir denn drin im Lager? Quasi nichts, ne? 35 von 50, ja. Ja, hilft nichts, Leute. Dann müssen wir noch mal ein bisschen von dem... ...Futter kaufen. Also, wir kaufen noch mal Gras. Kaufen gleich mal 1000. Und dann kaufen wir... ...Silage. Kaufen auch mal 1000. Vielleicht reicht das ja dann erstmal. Gesamtpreis. So, kaufen. So, jetzt hoffe ich, dass das gleich ausreichend sein wird. So, jetzt... Jetzt bleiben wir mal entspannt erstmal, ne? Also, jetzt bleiben wir mal entspannt. Gucken wir mal hier rein. So. Also, errichte ein neues Gebäude. Logistikgebäude. Errichte ein neues Gebäude. Lager. Noch ein Lager. Wir alles bauen müssen. Also, nehmen wir noch ein Lager dazu. Aha. Wenn wir das hier hin bauen, dann decken wir ja deutlich mehr ab. Also, machen wir das auch so. So. Und dann wollen wir noch ein Logistikgebäude. Ist das unter Produktion? Ach, guck mal hier. Bei Produktion ist Silage. Das ist ja ein Ding. Garagen, Garage. Ach, da kannst du auch eine richtige Garage bauen. Okay. Und hier haben wir jetzt das Logistikgebäude. Jo, das machen wir so, dass es direkt eine gute Anbindung hat. Und schon steht es da. Also, wunderbar. Die Frage ist trotzdem immer noch. Warum verhungern die Tiere in Stall 2? Ja, da haben wir doch eigentlich alles drin. Kuhmilch wird produziert und nicht andersrum. Jetzt gucken wir hier trotzdem nochmal rein. Was ist denn hier mit dem Lager? 106 von 250. Ja, Leute. I don't know. 25.000 passen da rein. Dann hilft es immer noch nichts. Wir kaufen jetzt noch einmal. Noch mehr von der Silage. Kaufen wir gleich mal 5.000. Und dann kaufen wir noch ein bisschen Gras. Kaufen wir auch 5.000 von. Und dann sollte das hoffentlich ausreichend sein. Erstmal. Ja, meine Lieben. Aber damit ist diese Folge auch schon zu Ende. Am Ende angelangt. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ihr mir natürlich gerne einen Daumen nach oben da. Ich freue mich auf eure Kommentare. Und ihr könnt mir sehr gerne natürlich auch ein Abo da lassen, falls ihr noch keins haben solltet. Dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Bleibt gesund. Macht's gut. Ciao, ciao. Und bye, bye. Bis zum nächsten Mal.